So, da sind wir wieder. Wenn dir meine Videos gefallen, dann kannst du abonnieren. Da ist dann unten so ein Schalter. Und du verpasst auch nicht das nächste Video. So, da muss ich mal sehen, also die Handelhütte, Handelhütte und so weiter. So, da sind die Handelhütte. 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 Das war's. 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 Das war's.